Jedes Mal, wenn du zum Start gehst, willst du einfach nur eine Sekunde schneller sein als vorher. Es geht darum, dein Tempo zu finden und halt immer weiter zu machen. Anik Gellin, die sich jetzt an die Spitze setzt. Vielfach sind es nur deine Gedanken, die du befasst musst. Find dein Tempo. Bleib konstant. Halt dein Tempo. Schliess weiter auf. Auf Konstanz kommt drauf an. Keine Pause. Immer weiter machen. Jetzt bis zum Schluss. Gib nochmal alles. Persönliche Bestleistung. Natürlich auch für Anik Gellin. Es geht eigentlich immer nur darum, deinen Rhythmus zu finden. Find dein Flow. Enbar bei der Videobeschreibung. Alles in halen existiert. Mehr Informationen sind in Kalン trochę zu holen. Montage. Fút요 har. сумf predictive. Und mit dem Fight.